Der Drahtbauer schiebt den Holzanhänger in das Wegewerk. Der John Deere fährt jetzt zurück, um weiß bestimmt und weiß aufzuladen. Er geht jetzt hin aufs Waldgelände. Der riesige Langholzrapporter bringt die riesigen Stämme zum Wegewerk. Die Läder fährt jetzt nicht mehr. Die Läder fährt jetzt nicht mehr. Die Läder fährt jetzt nicht mehr. Die Läder ist nicht mehr. Der Zufahrzeug ist eingeparkt. Der große Skarnia bringt die Baumstirmen direkt ins Legewerk. Die ganzen Baumstirmen, die angeladen wurden, werden jetzt zu Pellets gemacht. Die werden im Wegewerk zermahlen, wie beim Bäcker, der das Getreide mahlt. Mein tolles riesiges Wegewerk ist in Betrieb. Die Baumstirmen. 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 Die Baumstirmen.